Joachim Müller! Hallo! Kannst du wechseln? Ja, wie denn? Können Sie mir gleich mal raushelfen? Können Sie das mal bitte lassen? Ich krieg das voll ab. E20 klemmt! Weiter rechts. Wir mach jetzt! Ja! Gern geschehen. Sind Sie Lehrer? Ja. Ist aber nur ein Ausliffsjob. Oh, die sind richtig am Kacktag.